Okay, in dem Video will ich mal auf die vergangenen Trades der Woche eingehen und ein bisschen analysieren, was lief gut, was lief schlecht. Also generell gab es diese Woche sehr viel Positives für mich. Ich hatte tatsächlich nur einen einzigen Trade, der nicht in die Profitzone gelaufen ist und mit dem fange ich in dem Video am besten gleich mal an. Das war der australische Dollar, New Zealand Dollar. Da habe ich einen Short Trade platziert, allerdings schon vor einiger Zeit. Generell war ich bei den ganzen AUD-Paaren eher Short gestimmt. Die sind ja alle relativ gut gelaufen durch die fundamentale Lage zwecks dem ganzen Konflikt in Russland und Ukraine. Und da Australien da relativ weit weg ist, ist natürlich auch so ein geopolitisches Phänomen nicht auszuschließen, dass die aus dem Grund ein bisschen gut gelaufen sind. Und genau, ich hatte mir dann unter anderem den Chart hier ausgesucht, habe festgestellt, dass so dieser erste Run, diese erste dynamische Support-Linie gebrochen wurde, von unten an getestet. Wir sind nochmal eine Etage tiefer gekracht in diesem Bereich hier, haben diese Faltigkeit, quasi diese zweite dynamische Support-Linie durchbrochen gehabt. Und damit bin ich dann eingestiegen mit dem Retest dieser Linie, weil ich davon ausgegangen bin, okay, wir sehen hier so eine erste Rejection. Dann kam so diese bürrische Kerze und ich bin mit der Price Action hier reingegangen, in der Erwartung, dass wir hier das Tiefere hochgebildet haben und uns weiter nach unten verabschieden in Richtung des vorherigen Tiefs nochmal. Und zu dem Zeitpunkt natürlich auch den EMAs, die da etwas mehr in die Richtung verlaufen sind. Das Ganze hat sich dann ein bisschen anders entwickelt, als ich es in meiner Analyse für mich als wahrscheinlich erachtet habe. Wir haben dann tatsächlich diesen Support erneut von unten durchbrochen, haben uns darüber bewegt. Und ich hatte meinen Stop so gewählt, dass wir noch diese Hochs hier vielleicht kurz mit einem Liquiditäts-Push abgreifen können, bevor wir uns nach unten verabschieden. Dachte mit dieser Kerze auch noch, dass so ein Szenario nicht unwahrscheinlich ist. Dann sind wir allerdings direkt rausgeschossen und ich habe den Trade in Stop-Loss laufen lassen. Wir hatten hier auch Divergenzen, was mich eigentlich in der Idee so ein bisschen bestärkt hat, aber ist ja völlig in Ordnung. Ist ein erwartungskonformes oder nicht erwartungskonform, aber ein legitimes Szenario für den Outcome dieses Trades. Genau, so viel dazu. Ich würde sagen, ich hätte vielleicht ein bisschen früher schließen können mit dem Durchbrechen dieses Supports. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, okay, zu dem Zeitpunkt war es ja dann kein Support mehr, sondern eine Resistance, nachdem wir die rausgenommen haben, dass die Wahrscheinlichkeit stärker ist, dass wir noch mal weit nach oben laufen und hätte da meine Verluste etwas besser begrenzen können. Alles in allem aber in Ordnung. Ein relativ kurzer Trade, den ich gemacht habe, war im GBP New Zealand Dollar. Da hatte ich in der Vergangenheit immer mal wieder auf Bodenbildungstendenzen, ich sage mal spekuliert, gerade diese Zone sehe ich als sehr, sehr wichtig an. Wir haben dann auf dem Level konsolidiert. Mir hat die Dynamik nicht so richtig gefallen, weil wir irgendwie nicht weggekommen sind. Und dann hatten wir so einen kleinen Push nach oben, vielleicht so einen Dead Cat Bounce und sind dann noch mal eine Etage tiefer gegangen. Hier unten hatte ich mir das Ganze dann angesehen, analysiert und dachte mir, okay, für einen aggressiven Einstieg wäre das eine Option gewesen, da einzusteigen. Das habe ich dann auch gemacht mit einer dieser Kerzen, bin ich mir in der Ansicht jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich hatte den Einstieg ja genau auf H4 geplant gehabt, bin dann hier eingestiegen mit den Divergenzen, die ich auch gesehen hatte und dachte mir, ein kleiner Counter-Trade. Ich habe versucht, das Learning aus den letzten Wochen etwas besser umzusetzen, nämlich, dass ich nicht mehr ganz so riesige Trade-Erwartungen habe, zumal die Struktur ja ganz klar short-gerichtet ist und zwar sowas von. Und dementsprechend habe ich meine Erwartungshaltung da etwas runtergeschraubt, habe mir meine Zonen markiert und natürlich gesagt, die möglichen Trade-Erwartungen. Ich habe dann aber versucht, das besser zu machen, was ich die letzten Male oft etwas schlecht gemacht habe, nämlich die Gewinne mitzunehmen, wenn ich erste Reversal-Signale wahrnehme. Ist natürlich hier immer schwer zu sagen, ob das ein endgültiges Reversal ist oder nur, ja, so ein Retracement und die Bewegung danach weitergeht. Aber in dem Fall dachte ich mir, ich agiere jetzt etwas passiver, nachdem mein Einstieg schon so aggressiv war. Und bin dann hier tatsächlich auch wieder aus dem Markt ausgestiegen, weil ich auf H1 so gesehen habe, dass dieses Momentum abnimmt und dass wir hier Divergenzen bilden, die ja zeigen, dass die Geschwindigkeit nachlässt. Und dann habe ich mir hier die Gewinne mitgenommen, weil ja immer noch nicht klar ist, ob wir nicht noch ein tieferes Tief bilden und das hier jetzt das tiefere Hoch darstellt. Ein Re-Entry sollten wir ein höheres Tief bilden, wäre definitiv geplant. Euro-AOD ist ein ähnliches Szenario wie gerade eben. Da haben wir tatsächlich auch so eine Formation, dass wir jetzt diesen Bereich wieder angetestet haben. Wir haben in etwa gleichbleibende Tiefs, minimal tiefer. Hier aber deutlich eine Divergenz im RSI zu sehen. Fand ich auch sehr interessant, habe mir dann einen Einstieg gesucht auf dem Level und der lief sofort sehr schön für mich. Wir haben hier dann so eine Art dynamische Support-Linie aufgebaut, an der wir uns immer hochgehangelt haben. Haben die mit der Kerze durchbrochen. Das war dann auch der Zeitpunkt, an dem ich gesagt habe, ich steige aus dem Trade aus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal in Richtung des Tiefs laufen, dann doch relativ hoch ist, sage ich mal. Ein Re-Entry wäre auch hier geplant, sofern wir hier eine Art höheres Tief bilden und an diesem Tief vielleicht konsolidieren. Weil ich glaube, auch da gibt es massiv Potenzial, dass wir mal so langsam die Richtung wechseln, nachdem auch dieser Schatten jetzt mal gefüllt ist und wir unten hier auch wirklich Volumen, Kaufvolumen reinbekommen haben. Glaube ich, gibt es hier ganz gute Chance, dann mal wieder etwas mehr in Richtung der gleitenden Durchschnitte zu kommen. Deshalb spannender Trade für nächste Woche oder die nächsten Wochen. Spannender Markt auf jeden Fall, werde ich beobachten. Dann hatte ich noch einen Trade im CAD-CAF. Der lief auch schon eine ganze, ganze Weile. Da hatten wir hier eine Konsolidierung auf der Höhe dieser Zone, haben hier immer wieder Rejection gesehen. Da hatte ich dann mal eine Analyse in den Markt gelegt, bin hier eingestiegen. Das Ding lief erstmal brutal gegen mich. Also hier hatten wir so ein Rangen in diesem Bereich. Es gab da nochmal einen Push nach oben. Ich hatte dann hier allerdings eine sehr lange dynamische Resistance, die schon wirklich seit Monaten aktiv ist, also seit einem Jahr quasi. Und dachte mir, okay, die muss zumindest oder muss natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie zumindest irgendeine Art Reaktion am Markt hervorrufen wird. Dementsprechend habe ich mir den Stopp auch nochmal relativ hoch darüber gelegt mit ATR auf Tagesbasis Platz. Hat auch genau gereicht. Habe dann gesehen, dass hier langsam wirklich die gewünschte Reaktion eintritt. Wir hatten hier einen starken Push nach unten. Ich habe dann hier auch nochmal nachgelegt an diesem Level, weil ich gesehen habe, Price Action kommt in den Markt. Das würde auch passen als eine Art Overshoot über dieses Liquiditätscluster, in das wir dann wieder zurückfallen. Und das war auch genau der Trade, den ich gemacht habe. Mein größeres Ziel war eigentlich dieser Bereich, der dann auch mit den EMAs auf, ich glaube, Tagesbasis, ja genau, einhergehen würde. Und so ein bisschen diese Zone, die wir hier immer wieder antesten mit diversen Dochten und hier eine Seitwärtsrange. Also ich denke, hier liegt auf jeden Fall noch was an Liquidität. Würde dann auch harmonisch in einer Art Retracement dieser Aufwärtsbewegung sein können. Aber auch hier habe ich meine Trade-Erwartung angepasst und mir gedacht, EMA 110 sollte man immer auf dem Schirm haben. Wir hatten diese Art Overshoot, sind zurück in das Liquiditätsklasse eingetaucht und haben uns hier am unteren Rand dessen stabilisiert. Hier habe ich dann auch meine Positionen mitgenommen, sowohl die, die schon länger im Markt sind, als auch die nachgelegte, einfach um das Risiko rauszunehmen, dass wir uns doch nochmal nach oben bewegen. Ich könnte mir hier auch so einen Verlauf vorstellen, dass wir nochmal ein tieferes Hoch machen und uns erst dann weiter nach unten verabschieden, nachdem dieses Cluster komplett abgearbeitet ist. Aus Sicherheitsgründen habe ich mir die Position, wie gesagt, abgesichert. Der letzte Trade, wo ich auch wirklich sehr, sehr aktiv bin, ist natürlich der DAX. Den beobachte ich ja auch eigentlich täglich, screene ich den und gucke mir meine Setups dort an. Übergeordnet haben wir natürlich die sehr starke Abwärtsbewegung induziert durch den Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Die hatten dann hier am Tief mal 12.400 Punkte, was natürlich auch extrem ist, wenn man die Dimension des Schenkels ansieht. Die haben den jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr stark bereits korrigiert. Das Retracement ging also wirklich in die goldene Zone. Die hatten dann hier im Bereich dieser ganzen Dochte, das war eine Zone, die ich sehr interessant fand, und zufälligerweise auch das 78er Retracement, das hatte ich auf jeden Fall auf dem Schirm, habe mir diese Zone hier, ich zeichne die mal noch ein, als interessant markiert. Dann haben wir dann natürlich auf Tagesbasis auch die EMAs, die jetzt alle über uns liegen und wir sehen deutlich Divergenzen im RSI und der AD befindet sich schon auf All-Time-High. Deshalb war ich die letzten Tage, Wochen eigentlich schon immer short gestimmt und hatte schon damit gerechnet, dass wir hier in diesem Liquiditätscluster auf, man sieht es auf H4 relativ gut, diese Range hier, dieser Kasten, den man hier auch nochmal sieht, da habe ich damit gerechnet, dass wir mit Fake-Outs nach unten und nach oben arbeiten, allerdings strukturweisend war für mich eher die Short-Seite interessant, weshalb ich mir immer, wenn wir diese Zone verlassen haben, Short-Einstiege gesucht habe. So auch mit diesem Docht hier, bei dem ich von einem Overshoot ausgegangen bin, beziehungsweise einem Fake-Out nach oben, mit dem ich in den Markt gehen wollte. Nachdem ich auf Tagesbasis die Zone noch ausgemacht habe, habe ich mir den Stop so knapp darüber gelegt und bin davon ausgegangen, dass das Potenzial hier relativ gut ist. Wir hatten dann nochmal einen Push nach oben, der glaube ich auch mit einer Nachricht einherging und haben dann sofort an dieser Zone die erwartete Reaktion gezeigt, weshalb ich hier auch auf Stundenbasis mit der Price-Action in den Markt nochmal eingestiegen bin und mir nochmal eine größere Short-Order aufgebaut habe, auch weil das Volumen mit dieser Kerze an diesem Bereich schon sehr, sehr, sehr stark war. Da bin ich einfach davon ausgegangen, dass hier wirklich frische Short-Orders in den Markt gelegt werden und nicht einfach nur Gewinne mitgenommen werden. Genau, ich würde auch weiterhin erwarten, dass wir uns hier weiter nach unten bewegen können. Nachdem wir aber wieder mitten in diesem Liquiditätscluster sind, habe ich die Positionen dann auch einfach mitgenommen, um meinen Gewinn abzusichern. Ich würde mir auch hier eher wieder neue Einstiege suchen, nachdem wir uns von hier wieder an den oberen Rand bewegen. Ich gehe aber aufgrund der Situation im Tageschart weiter davon aus, dass wir hier auf jeden Fall wieder deutliches Abwärtspotenzial haben, vor allem nachdem wir auch jetzt an den längeren dynamischen Resistance-Linien angekommen sind. Je nachdem, wie man die einzeichnet, haben wir die kurz gefakt und dann die Reaktion gesehen. Also in meinen Augen Abwärtspotenzial. Genau, soviel mal zu den Trades. Ich bin für diese Woche sehr zufrieden eigentlich mit dem, wie ich agiert habe. Aber ich versuche auch, die Learnings aus letzter Woche mit in die kommende Woche zu nehmen und weiterhin alles wie gehabt. Genau.